Musik 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 Machst du wieder, Christian, oder? Ne wieder, komm mal rein! Oh shit, nein! Da muss er wieder näher ins Mikro rein, ne? Oh, was für ne Map! Hilfe! Genau, was für ne Map! Scheiße! Ne, das ist kein... Was ist das? Das sind einfach zwei Wände! Ich kenn die Map nicht, ne? Die Map spiele ich zum ersten Mal Ja, ich auch Oh, neue Map! Ey, das passt doch falsch auf! Aber, uah, ein geiler neuer Samstag! Shit, yo! Digga, was geht ab? Genau, eine Woche bis jetzt zur Aufnahme kam Weiter geht's, kommt los! In zwei Monaten geht's wieder los Also, kommt die online Es geht schon wieder los Nein, bitte nicht! Oder in zwei Monaten, in zwei Jahren In 300.000 Tagen, ja Oh, ich hab Mittag Oh, was, 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 was? Digga, was? Habt ihr das gesehen? Habt ihr diesen Scheiß grad? Ich bin grad... Ähhhhh... Ja Ihr habt gerade sowas von verpasst, ne? Yes! Nice! Was war das? Ich hab keine Ahnung! Kennen Sie nicht den Omnitron-Faktor? Ich hab grad den Ball so mit dem Haken genommen, ne? Mhm! Ich bin da quer mal um die ganzen Welt im Kreis rumgefahren Ich, ich, ich nehm das auf Und Mario, das musst du einfügen Ähm, okay Ich hab den mal grad aufgenommen Das, das, das Das sieht, ähm, das sah irgendwie voll cool aus Ähhhhh... Ich hab nicht aufgehen können Mario, jetzt bist du dann! Wo ist der Mario? Och, komm! Was? Ich wurde einfach geswitcht Nein! Nein! Kann das alles uns gerade gegenseitig ein bisschen... Nein! War's nicht doch, okay Ja Du meinst ehrlich gesagt, ich meinte hier, äh... hier in die Luft, die ja kamen Nein Das war ne mega, die Explosion bei mir Aber, aber... Jetzt mein Box hat schon noch Hahaha Ich wollte auf jeden Fall zu sagen, ja komm, hau's doch nochmal rein Und nur zu Sicherheit Ach, ich lieb die Symbole aus irgendwie voll Also, ich bin lieber für... Vielleicht... Gehen wir gleich einen anderen Most Aber im Moment müssen wir nachher den Modus spielen Weil der einfach so... Geil ist das Das ist so geil, dass ich davon daneben springe Oh, ey, wir sind zu zweit daran, ernsthaft! Ah! Uff! Kommt der! Kriss, da ist ne Wand! Hilfe! Nein! Wer hat den weggeschlagen? Wer hat den verdammten nochmal weggeschlagen? Ah, Mann! Eh, das war meiner jetzt, mit dem Frost Aber ich... Wir sollten uns auch mit den Fähigkeiten mehr absprechen Ja... Ja... Ich hörte den Enterhack, aber der hat irgendwie gar nichts gemacht. Nein! Fuck! Ich hab den Punch zu früh gemacht. Das war gar nicht, dass ich meinen Punch ausleihen war. Das sah kurz vielleicht aus. Nein! Das wäre sonst ein geiles Kombi-Tor gewesen, aber nein. Ich krieg nicht das Kombi-Tor. Wofür bin ich? Das ist so verwirrend. Ja, und die Wände fang ich auch ein bisschen ab. Nein, die krieg ich nicht, aufgehalten! Nein! Oh, ne! Ja, das hat irgendwie... Ich hasse dieses Porten, Alter. Ja. Guck mal, ich hab irgendwie... Ich hätte den fast bekommen, und dann ist einer gegen mich gehören. Die Sache. Sonst hätte ich den wegschlagen können. Wer fährt denn da hinten? Ich, 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 ich... Ich bin halt in. Ja, alle. Mitte! Oh, oh. Die Mitte ist so zack zack zack. Oh! Oh! Oh, ich wurde gedreht. Ich hab was gar nicht gemacht. Ich hab den... 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 Den Spike, ja? Wuh! Alter! Der musste weg. Der Typ ging mir sowas von auf den Nerven. Komm nicht ran! Nee. Entschuldigung. Ach. Hab'n Mario, glaub' ich, weggedonnert. Nein, komm! Nein! Safety! Digga! 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 PTF! VIKING MANANA! Boah, das geht so schnell, ne? Alter, das geht echt grade viel zu schnell hier. Dann werde ich wieder teleportiert. Also, falls ihr irgendwas mitgekommen... Nein! So schnell kann das Spiel gedreht werden. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck die, fuck, fuck. Fuck die, fuck, fuck. Ey, jetzt muss die Runde aber erst nach, äh, 22 Uhr gesendet werden. Wegen Kraftausbrücken. Hurensohn! Deinem Grab! Und ich bin daneben schon oben. Nein! 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 Ja, 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 ja! Ja, nein! Ja, nein! Ich liege... Alter... Guckt euch das an, guckt euch das an! Ich werd langgetreten, die ganze Zeit, ne? Ich bewege mich nicht... Und dann der Magnet einfach, ne? Die ganze Zeit... Der Magnet! Drei, Drei Christus, du bist am nächsten dran Ja, okay Achtung Nein, Leute Alter, wie hat die... Okay Na, guck dir mal an, wie knapp das war Ja, ja Na, jetzt Der hat euch aber auch nicht gespielt Das ist einfach eine Getschiehut Wir haben den kleinen Kino-Gun Der hat einen Sprachleder Ich dachte, du kommst dann eh nicht bald Ja, das müsst ihr vielleicht mir vor sagen Nee, das mach ich immer als Überraschung Handzeige ist raus Handzeige? Okay, ich mach eigentlich mal an doch Magneb Scheiße, werd ich durchgedrückt Nein, nein Nein Ja Nein Doch Nein Was ist das hier? Könnt ihr mal irgendwas sagen? Nein, doch Nein, doch Nein, doch Nein, doch Nein Doch Doch, Mario, doch Immer doch Bitte Mario, bitte Oh, das war super gut Nein Nein Ich bin noch daneben Doch 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 Boah, nee Boah, nee Ich weiß nicht wie Ah Mach den rein Nein Ich kann gar nicht Ich kann gar nicht Ähm, der hat den noch Der hat den noch Der ist immer noch in der Luft Da Ah Was sind das hier für Runden Was sind das für Runden? Wollen wir ein Rematch oder wollen wir nicht? Ja klar Revanche 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 Alle für Revanche Ja Und jetzt noch mal bereit Ja Ok, sie steigen auch ein Ok Unsere härtesten Gegner Seid ihr fucking noch mal bereit Nein Wir haben jetzt wieder ein normales Feld Ich geh nicht drauf, ich muss niesen Ich geh auch Ich geh auch nicht, ich auch nicht Ich geh auch nicht Musst du auch niesen Ne, ich bin am Tor Ja Boah 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 Du konnt mich doch irgendwie grad Ich weiß nicht wie ich grad sprechen konnte Mitte, Mitte Nein Äh, halt da auf Aber sonst hätt ich Sonst hätt ich ihn bekommen So, weg mit dem Ähm, ähm Mario Super Mario ist unser Feld In der Brandung Nein, ich darf dich Triff den richtig nochmal Im Tor Boah Ah, ich krieg den zu schlecht Äh, warum machst du jetzt Magnet? Bist du verrückt, tf Damit der nicht Damit der nicht Nicht in den Reifen kommt Oder was? Nein Ich wollte den nicht weiter ins Feld verlieren Hast du aber Also, was hast du dir denn eigentlich Entschuldigung Na, der geht Ist er doch nicht Ähm, du musst echt gucken, ob du mich in diese Items einsetzt Ja 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 Äh Oh Nein Ich hatte ihn doch noch grad Nein Nein Ja Das ist wirklich nicht schnell Guckt euch an, wie knapp das war Warte jetzt Da war kaum der Pinöppel Der Pinocchio? Ja Der roten Schmerz Keine Ahnung Meiner Boah 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 Oh, schade Was soll das? Ich wollte ihn reinziehen Mann Leute Ich weiß doch nicht, was du denn machst Der war fast Ich habe eine Parade gemacht Bei euch wäre der fast reingegangen Hallo Johnny um, fuck Ja Du musst dir den Pinocchio einsetzen Ne Nein Alter Ich werd hier nur weggecrashed Wow Oh Ah Ja Mario Das schaffst du Ja Nein Oh man Ich hab ihn quasi Drinnen Und Mario zieht ihn wieder raus Was soll das denn jetzt heißen? Ja Danke mal Danke dafür halt gerade Ja So geht das man Nein Nein Er war Also Hört sich jetzt doof an Aber er war quasi im Loch Aber Mario fällt ihm wieder raus Okay 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 Michael hat ihn im Loch Okay Nach 23 Uhr Rennen Definitiv Ah Rippen sei Das ist der AG Kein guter Torwart Kein guter Torwart Der ist mal einmal nicht hin Kein guter Torwart Der ist mal einmal nicht hin Kein guter Torwart Ja Alex irgendwas für ein Auto qualitätig gedauert Ja Ich hab gemuted Die Schreiber Der kommt zu weit mittig Ähm Ähm Wow Wow Aber die haben ihn eingefrohlt Verdammte Scheiße Ähm Nein Komm nicht dran ne Wie knapp das war Hätte ich das hinter der Ball geschafft dann hättest du es vielleicht bekommen Wer fährt Wer fährt Chris Chris Hier 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 Oh Ähm Chris Ich bin gehandicap Ich merk's Ne komm ich nicht Mario Ich hab meine Nase um die sich gekümmert werden muss Ähm Was hast du gemacht? Oh 1 1 1 1 1 2 Auaahl Geil, 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 geil. Weiss nicht. Nein! Mann 30! Nein! Mann ich hatte gerade Traditional den Magneten und zu dann habt ihr diesen Scheiss wenneple Take Urla 140 Nein! Und er macht den noch heim Ich will nicht sagen, aber 4-1? Ja. Das ist machbar. Der 1 kann man für 2 Minuten. Ja, das ist total machbar. Auf jeden. Das ist wirklich machbar. Oh! Siehst du, ich wollte schon fast sagen, so macht man das. Aber dann muss da noch ein dritter Mann sein. Hoffentlich nicht zu dritt, das ist voll unfair. Ja. Also ich will das niemals tun. Ja. Ok, 4 Tore in einem... Ja, knapp. Ich mach einfach nicht mehr. Controller kaputt oder Tischkant oder Tastatur oder irgendwas. Du wirst ja den Tag heute nur überleben, das wir fragen. Ich schon, mein Cridbit nicht. Ey, geht raus. Langsam verstehe ich aber, warum Arthur die ganze Zeit seine Sachen kaputt macht, ey. Nee, der spielt PC. Bin ich in die Mitte? Nein, der spielt aber mit... Sauer. Hält nichts zu reden. Ja, 10 Sekunden ein Tor. Also schaffen wir doch 3 Tore in 60 Sekunden, oder? Ok. Wir geben unser Bestes. Kacke. Oh, ich wollte die Loppe töten. Ähm. Ah, kein... 3 Tore. 4. 4. 4 Tore. Ja, 4. Wir haben in 10 Sekunden eben ein Tor geschafft. Müssen wir jetzt auch schaffen, dann haben wir es. Ja, ich gehe. So mich hier dann oder so mal den Pressball, der nicht entstanden ist. Ja, aber da war keiner von uns gerade eben hinten. Das ist irgendwie... Problematisch. Was war das jetzt? Was? Hab ich... Hab ich gerade mit dir? Ich hab doch Gegner angewählt. Wie kann ich denn mit dir getauscht sein? Ähm. Ne, ne. Hä? Ich glaube, ich hatte das. Ich glaube, ich hatte das zu verwechseln. Den Boost mit dem, ähm... Ich hatte... Ich hatte auch den Switcher. Ich hatte auch den Switcher. Aber... Hattest du den auch? Dann hast du den uns beide. Dann haben wir die beide... ... geswitcht. Weil ich kann... Ich hab dich nicht gesehen. Ja, ich glaube, ich hatte einfach diesen Switcher drin gehabt. Und, äh... Hab den verwechselt mit dem anderen. Danke. 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 Danke, ne. So theoretisch... Ist das noch drinnen? Naja... Okay, es wird doch irgendwie weggemacht jetzt. Ihr beide? Mit dem... Mit dem... Mit dem Ito, das war's. Es wird doch weggemacht. Irgendwie einmal hatte ich es... Direkt danach nochmal. Aber... Jetzt hab ich es nicht mehr. Das ist ein Dach. Komm schon! Nee. Komm, mich nicht. Die Drehung... Ohne Boost. Leider nicht. Wow, ich wurde zufrieden. Nein! Du weißt schon, wie das Item funktioniert? Ja, das ist aber gar nicht mal so einfach. Ja, das musst du... Quasi hinter den Beinen machen immer. Re-Match! Re-Match! Doch, nein. Re-Match! Ich wär auch für ein anderes. Re-Match! Nein! Nein! Ich hab keine Ahnung, wie die Spieler es hieß. Ist es jetzt ein Re-Match oder nicht? Nein! Okay. Doch dieser Bob Marley kommt. Aber wo kann vor. Nein! Oh Gott! War's. 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 Nein! Es GRB hat nichts mehr! Es regnet. Das hat eigentlich Regen eine Auswirkung auf den... Ist dir nicht nein. Genau! Es wird Sinn ergeben. Ist aber! Dann geht es mir mit zum Bot. Bot丸 ist weg. Das laatste interim.. Nein! Nein! Genau, súandid! Das heißt... Ich dachte wenn du immer... ...was solltest dann wäre für mich bemды. Spikes, Spikes, haltet ihn auf! Mario hat Spikes! Er ist nur gesprungen! Ich wollte ihn rammen mit meiner Fähigkeit ich hatte. Und? Alter... Okay, man muss sagen, das war... Glück. Ne, muss man echt anfangen. Das muss man nicht sagen, das ist... Ich finde, ich bin... im VR-Sportmann. Zu schlecht. Zu schlecht. Zu schlecht, zum telefonieren. Zum schlecht, zum telefonieren. Ne, ne bitte! Komm schon! Ne, oder? Der hat in den eingefroren! Bikes echt umsonst verbreuten, ey! Ich steh bereit. Ja, der war vielleicht nicht ganz gut. Nein! Ich hab... Ich hab warten sollen. Oh, nein! So ein Boxsack! Ich bin wieder! Ja, ich will jetzt mal irgendwie von diesen Scheiter vorstufen, Nein Nein Der Block Sauber Nein Nein Okay, das war's Nein, der Sand stammt auch noch Also, diese drei Spiele sind irgendwie... Nee, ist so gut Ja, ist so gut Aber es ist doch genug Zeug Ich war unzündenbock Mario, warum spielst du so schlecht? Ja genau, danke, Martin Ich hab' die Ahhhh, drinnen Abilie, blab Abilie, blab Ich weiß nicht, mein Stimme ist irgendwie scheiße Aber die Buchballer war bumm Bap, bap Nein Nein, du nicht das Ding Nein, Chris Alles andere Nein Du, ich Das war nicht gut, ich weiß Das war nicht gut, ich weiß Ich dachte, der würde reingehen Ja, dachte ich auch Ja, dachte ich auch, dachte ich auch, aber der kommt nie Ja, ich kann nix Ja, ich kann nix Oh Oh Ich steig zurück Nein, du kannst nicht Nein Das Maul Kriege nicht Boah Oh, du Scheiße Voll rein Hallo Ich konnte nicht mehr fahren Alter, was für ein Scheiß war das denn jetzt? Nein Ich dachte, ich fahr aufs Torradzug BDF Nein Boah Oh Wie mies Ja Angetäuscht Ich kam nicht mehr ran Ich dachte so, jetzt krieg ich den gut Weil der kam richtig gut und dann Und dann kommt der Handschuh Handschuh des Todes Bocksschuh des Todes Bocksschuh des Todes Bockss Handschuh What? What? Kommt schon F*** F*** Och Der wär drinnen gewesen Aber nein, ich muss ja mit dem verdammten Handschuh das wegkicken Ja, hau mich weg mit dem Schuh Ja Den spielen Ja 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 Genau Er ließ nicht wahr, oder? Das ist der schwarze Samstag Ja, leider ja An einem Freitag Ja War ein schwarzer Samstag halt dann Ja Ja Der Sota wird besser kommen Ja Ja Hoffentlich kommt er noch Rango Michi Muss auch mal mal rein Zorn und Rango so aufnehmen Ich muss jeden drinnen auch aufnehmen Ich spiele momentan Nicht nur Rango Ja Du Hurensohn Ich mach ein Festerverlauf Deinem grad WGF Ja, der geht Das Spiel ist total krass Das sind doch Jetzt kein Ausrasten mehr Ohh, Mann Ich schiebe das alles auf mein Ziel Ja Da geht's auch nicht Wow Oh, vielleicht wäre er daneben. Och! Scheiß Bansch. Tja, Malke. Man verliert Balm und Michael sind die anderen, ne? Ja, diesmal waren wir sogar drei mal hintereinander. Und wenn man kein Glück hat und dann noch Pech, das so kommt, ja. Dann sind so Tage, wo man in die nächste Folge weisen sollte. Und da gewinnen wir mit anderen Modi. Genau, vielleicht mal, da was haben wir denn, mal für Modis. Eishockey zum Beispiel? Ja, oder die es mit den... Ach ja, den Drop, diesen Drop. Wie heißt der? Der heißt... Dropshot. Dropshot, den gibt's auch noch. Und dann gibt's noch den eigenen Modus Rocket Labs, wo man halt ganz neue Arenen ausprobieren kann. Im normalen Spielmodus. Ja, allerdings... Ja. Okay. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also nächste Woche, Samstag. Welchen Modus wir spielen? Bye, bitch. Oh. So. Lieberant. So. There. So. Bis zum nächsten Mal.